So, ich habe einen kleinen Anreiz für euch, falls ihr GoPro 9 oder 10 habt. Moment, ich habe jetzt noch 11 Prozent. Also müssen wir jetzt einen schönen Trail auslassen, weil Martin mal wieder keinen Akku hat. Den dicksten Akku, den dicksten Motor, den dicksten Pimbel habe ich gehört. Heute gucken wir mal, wo die Trails sind. Grüß Gott, Burschen und Mädels. Der Mitch dachte, ich soll mir die Kamera anmachen. Was will er? Hier, für meinen besten Kumpel. Du weißt, dass mir das weh tut. Ist das die Plakate oder was? Ich weiß, was da drin ist. Oh, mega Junge. Komm her, lass dich drücken. Danke, Mann. Yes! Das hat doch ein Altar, wo er ... Wirst du jedes Mal, wenn du in deine Halle gehst, wirst du an mich denken. Ja, normal. Bitte schön. Ich bin treu. Ich bin dieser Marke treu. Ich habe es auch gedacht. Was macht denn der schön, dass du weg bist? Der sieht einfach aus, ohne was zu sagen, der Lappe. Nee, nee. Der hat gesagt Mitch, warte mal. Da habe ich gesagt. Nee, das war falsch. Foto. Ja. Ja, sicher. Der sieht aus, als ob der ... Aber er ist halt immer alleine. Deswegen. Er ist ein richtiger Lonesome Rider. Hier oben ist ein bisschen sehr frisch. 2 Grad, denke ich mal. Hör mal, wir frieren hier wieder für dich. Wegen dir. So. Denkt an euer Alter, ne? Kein Alter mehr. 3, 2, 1. Verlos. 3, 2, 1. Verlos. Du wolltest hinterher fahren, hast du gesagt. 1, 2, 3, 4, 5. Komm. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 3, 4, 5. 4, 5. Alles ist trocken, Alter. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 4, 5. 6. 6. 5. Was war jetzt? Wie geht das denn jetzt? Maht ihn am Boden, Alter, ne doch nicht. Weißt du was, das ist das Problem, weil es super hoch bin. Guck mal wie hoch ich bin. Siehste, mach runter. Der ist ganz unten. mach ne geht noch das was ich gerade gesagt hab ganz unten ja stimmt du wirst wirklich der geht nicht ne der geht nicht mal nach unten vorsicht 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 das wird ja lustig heute das wird lustig letztes mal bisschen runter geschoben so ein blödes glaber hier von Lars bla 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 genau das hör auf alter 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 gibt's bei uns nicht mehr ich hab genug wasser abgelassen ich weine bei mir nix ich prüfe auch nicht erst wenn ich dann zu spät ist dann prüfe ich wieder 321 321 warte Du musst einen auf Lars machen hier. Ja, musst du einmal schütteln, dann geht er weg. Aber er geht leider nicht. Schüttelbrille oder Handschuhe ist warm. Komm, gleich ist der Akku leer. Echt? Ja. Okay, komm. Gleich ist der Akku leer. Gambo! Mit der Action 2 haben wir ein bisschen mehr Stress. Junge, ich sehe nichts, meine Brille ist beschlagen. Ich sehe nichts. Das ist schlecht. Oh, das ist doch kacke. Was ist denn hier passiert? Warte, 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 satt. Jetzt komm bitte mal. Moment mal, absichtlich oder Wasserflut? Ich weiß nicht. Da vorne liegen auch ein paar Äste. Da ist bestimmt ein dicker E-Biker darüber gefahren. Ja, genau. Ich gehe hier weiter. Was machst du? Alter Schwede. Oh, ich rutsche mal von den Pedalen ab. Ja, stand gerade auch total scheiße. Du auch? Von den Pedalen? Ich stehe hier. Ja, hier ist nichts. Ja, hier ist nichts. Eine Frau, wo die eine Zelle anfangen. Oh, das ist ja eine schöne Füße. Stylomat! Umgesetzt, stylisch! Au! Was war? Weiß ich nicht. Irgendeiner hat lange gefliegt. Mach mal kurz ab. Läuft? Läuft, ja. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Stress. Kamerastress. Weiß auch nicht, was da manchmal ist. Diesmal richtig fahren, bitte. Der kürzt wieder ab. Ja. Oh, guck mal, ich bin jetzt mal. Siehste? Ja. Aber was ist das denn? Hä? Hier habe ich mich gemauelt und jetzt haben sie hier einen Sprung hingebaut. Hä, aber von wo kommst du denn? Von hier jetzt auf? Du musst jetzt von der Kurve aus hier reinfahren. Hör mal, den muss er aber schon kräftig nehmen. Aber der ist neu oder nicht, Michel. Der ist neu. Oh, die Mischgesenksteche. Ja, das Ding, der ist neu hier. Der ist geradeaus hier. Hier geht der weiter. Ja, das ist ja kacke. Hier. Da kannst du hier runterfahren. Da ist doch eine Line. Da ist doch gut. Da kannst du runterruppen. Aber wir fahren geradeaus weiter. Sicher? Ja. Ja. Hier fahren wir nochmal. Ach, komm mal. Ach. Ach, komm, der Scheiß. Haha. Kniebub am Boden. Kniebub, genau. Ja. Was ist denn am Boden? Ne, was ist denn noch nicht? Kniebub am Boden. Der geht hier runter, rechts. Ja, ja. Okay, okay. War schön. Die geht noch nicht. Ne. Ja, also mit dem Stitt werde ich noch nicht warm, ey. Ich hab hier noch richtig warm. Ich hab mich noch nicht gehofft, da. Ich hab mich noch nicht gehofft, da. Nix machst du da. Jetzt drauf jetzt. Wir haben schon die Leinen vorgegeben, die wird da weggemacht für ihn. Heute bin ich der Stocklammler. Jawoll. Aber geil, die Drecke. Stylig, guck. Die Reifen sind leicht zu fahren. Oh, diese Nadeln, die fliegen gar nicht mehr aus dem Fahrrad raus. Ich habe meine Spritze vergessen, da habe ich gemeldet, als ich über 45 war. Kurz zur Pause. Er wollte sich wieder spritzen. Jetzt schon eine Spritze. Ich kann immer nur sagen, ich liebe meinen Bullet. Das glaube ich nicht. Foto, Foto. Foto, Foto. Foto, Foto. Was der Reifen ausmacht. Ganz bitter raus. Du musst nur auf den Lidsche hören. Ja. Merk dir das fürs Leben. Gut, aber der Alte war echt scheiße gewesen. Der Alte wäre es nicht so runtergefahren. Den Akku habe ich, guck mal. Gut, gut. Kann man ein bisschen laufen lassen. Vor allen Dingen hier deine Waffe rein und keine Waffe raus. Ja. Genau. Ich habe doch hier extra modifiziert. Guck mal, er muss sein Bike posen. Er muss sein Bike posen hier. Von innen willst du gar nicht sehen, wie der aussieht. Da kommen die Fliegen schon rein. Von innen willst du gar nicht sehen, wie der aussieht. Ne, lass mal an. Lass mal an. Lass mal an. Boah, ist warm. Echt warm. Echt warm. Schon mal richtiger Posey. Für den Hersteller. Ein Foto für den Hersteller. So, jetzt die erste Brustaufnahme mit der DJI Action 2. Hast du jetzt ganz weit? Ja, jetzt ist weit und sorry, die anderen Aufnahmen waren nichts. Er war irgendwie in einem Quick-Modus. Keine Ahnung. Quickie, quick. Die Brustaufnahme. Die erste Nippelaufnahme. Wie, fest. Festi. Fest auf mir. Ah. Ah, mit Pudeln sogar. Ah, fertig bitte. Super warm. Ah, fertig bitte. Hier auch. Alles klar. Oh, hier auch. Mit mehr Gefälle. Da, wo? Wiem. Joach. Hm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-m-mm. Da, wo? Ja. 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 Oh, hier. fahr doch nicht weiter fahr doch waaah 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 5. 6. 4. 5. 5. 5. 46. 25. 45. 46. 47. 25. 49. So, sind wir theoretisch über dem Sprung drüber? Normalerweise hast du hier richtig Speed hier. Hier fangen wir an. Hier fangen wir an. Was ist das denn alles noch hündig gemacht? ich finde das macht trotzdem Spaß komm fahr ja 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 stinkender Bremse da war so ein versteckter Baum unter dem Glas das war so ein geiler Trail vom Speed das war auch ein mega Trail das war einer der geilsten Trails hier von ganz oben bis nach ganz unten war ein richtig geiler Trail außer der Floatkanal, der hat mir noch nie gefallen und was geil war der Knick da auf einmal den hab ich gar nicht gesehen bei dem fährst und dann macht der Knick nachher links wie der Floatkanal? wieder runter gerade also das war geil doch Ritter den hab ich gar nicht gesehen ok 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 so ja ja hier rein ja die ist für die 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 warte mal was ist denn passiert jetzt kannst du jetzt mal umleitung nehmen alles zu hier was hier passiert was war das denn hat er geschrien der lasi ein bisschen lehm der witsch heute hier ein bisschen lehm genau das meine ich pedalieren 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 hier pedalieren pedalieren was ist der mädel was ist mit dir lehm boy stand nur so auf dem pedal drauf ha 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 ready Ready? Yo, 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 yo! Oh, was denn hier? Ich hab immer die erste Wurzel drüber gezogen, bin genau auf die andere! Zack! Ja, ich hab mich gemauld, ey! Was? Es wird zu langsam! Nochmal ein Stück hoch! Die ist gefährlich! Ah, geht nicht hoch! Alle im Weg! Fahr Chicken Line! Nein! Nein, sagt er! Das sind keine Chicken Line! Paolo, keine Chicken Line heute! Ich komm nicht rein! Rutsch da rein! Nee, da ist sogar zu wenig! Du hast zu wenig! Du kriegst das so kurz auf, oder? Nee, da ist schon drüber! Ja, ja, ja! Du musst da unten runterspringen, ne? Diese ersten beiden, die nerven ein bisschen! Aber ich will auch nichts riskieren heute, ey! Kein Bock! Keine Risiken! Dafür ist mir zu glitschig, ey! Hier ist ein feinster Nadelwald hier! Kann er nicht überhalten? Ja! Wo denn? Was ist los da? Alter, was macht ihr denn? Ich mach nur Scheiße! Jetzt kommen wir auch nicht mehr rein! Guck mal, Alter! Ah, ah! Lars, was machst du denn da? Ja, Lars! Was machst du denn da? Ja, Lars! Was machst du denn da? Ja, Lars! Was machst du denn da? Auf dem Boden! Ich bin nicht auf dem Boden! Ich fahr! Ja, du musst mit einem durchfahren! Hier kannst du so! Alter, hier wär ich gestorben! Ach, schau! Hier wär ich gestorben! Hier wär ich gestorben! Ja, ja! Ohne Scheiße! Hier wär ich gestorben! Boah! Hallo! Ich hab ihn gekannt! Den musst du durchfahren! Ja, er hat durchgefahren, Alter! Wie willst du denn da durchfahren mit so'n Wetter? Also, das war heute das schlimmste Mal hier! Muss ich echt sagen! Juhu! Also, heute muss ich sagen, hat alles getoppt bis jetzt heute! So? Ja! Guck mal, der Reifen! Das hab ich selten! Gr Sang, macht dieses Wettbewerb! Rundfunk Da bin ich's, ich hab' ich's schon, Alter! Ja, sicher! Da hab' ich's schon! Mann, ey! Warte, Lars! Aber hier bis hin ist halt immer der Sprung, glaub' ich! Da, los! Nee, geht nicht! Hier ist alles in der Ruhe, leider! Okay! Weiter, Lars, bitte! Schön wie ich! Oh, ich bin echt noch viel drauf! Oh, hier? Ja, hier, einmal rum! Dann muss ich nicht da rumlaufen! Mann, ey! Ja, hier ist alles in der Ruhe! Alles kaputt! Wir können machen! Ja, hier! Einmal rum! sodass losse Musik Modestens so, vielleicht rumored! Was ist aber gut? How many ans? makingiddy Dasreadlburst Version krass, wo kommt das ganze Wasser her, ey, hammer schade, wirklich schade, das letzte stück ist glaube ich drittig ein schade, ja, ja, also was heißt verblockt, also jetzt ist er offen komplett wieder, außer der letzte Teil, den kann man sich ja nicht sparen, da brauchen wir nicht bis da unten fangen, das lohnt sich nicht jetzt fahren wir uns, jetzt sind die vier Meter ja, die fahren wir noch warum nicht, auf jeden Fall sind wir den letzten Hau gefahren? nein, weiß ich nicht, Lars weiß das auch nicht dann fahr ich vor ja, Lars hat vor ich fahr vor du wolltest ja auf die Cam, hast du gesagt ja, aber ich... komm keine Todes, na geht doch nicht, wir müssen ja zusammen bleiben ja, hier ist gut hier ist der Sonnenhang auf die Cam auf die Cam das ist unsinnig da kommst du gar nicht rein hier ja, ja, der ist auch ich bin über die Kante gerutscht vor dem Pulle da ist die Ninja, der Ninja war ja da ja, die Dinger sind war ich verschief, der Sattel ja, ja der Ninja mit ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja Ja, ist da ein Punkt? Weißt du, wie die Sache hier runter ist? Was für ein Steinmeer, ne? Na, guck, Alter, liest du? Ja, das kann er, was? Das kann er! Ja, hast rein! Ja, Paul, alle warten auf dich! Ey, muss ich jetzt wieder schimpfen, oder was? Kein Druck, kein Druck, hier läuft auch keine Kamera! Der sieht sich schon wieder, der sieht sich schon wieder! Aber gut, sehr gut! Hast rein rumgekommen, Mann! Jawoll! Top, Junge! Siehste! Das im Sitzen ist ja Wahnsinn, oder? Hast rein! Ich hab nicht gefilmt! Doch! Keine Erinnerung! Wunderbar! Gut, ey! Wo ist das hier noch, Marcel? Hä? Da ist ja Rocky Forest, das ist doch hier, hier ist nichts mehr! Wir fahren jetzt ein Stückchen weiter und rechts, das ist ganz normal die Rocky Forest Line an! Fahren wir dann doppelt, wenn! Ja? Ja, aber klar, müssen wir ja! 40%! Ich auch! Die mit den dicken Akkus, weißt du? Ja! Hammer ey! Das ist unglaublich, ehrlich! Schwer der Gau... Hier! Warte mal, hier ist ein anderes Loch! Hier, komm! Genau! Nehmen wir die jetzt! Weil Rocky ist noch weiter da hinten, ne? Ist das hier nicht Rocky? Ne, stopp ey! Genau, ist auch! Wir fahren von dem Rocky aus, fahren wir nachher ein Stückchen hoch und fahren wir rein! Machen wir nicht! Wir fahren jetzt wieder hoch und dann fahren wir mit Rocky und dann nehmen wir den mit! Hier rein? Ja, ja! Okay! Jetzt legen wir mal nachher! Gleich! Ja, warte mal, Alter! Ja, wir sind hochpedaliert! 625! Ich fahre die ganze Zeit schon mit 27 Newtonmeter maximal! Ja, siehst du, wie scheiße der Shimano ist! Der ist doch scheiße! Das stimmt auch! Sagt Ole auch! Du hast mein Fahrer in Ruhe! Nein! Du hast das aufgenommen gerade mit Martin! Was denn? Wann denn? Jetzt habe ich auch aufgenommen! Nein! Haben wir ja nicht drauf! Ey, warte mal! Sagt der... Oh, der Akku ist... Jetzt ist er gelb! Bei dir? Aber ey, top! Die ganze Tour ist schon! Wir sind schon... Der ist jetzt auch gelb! Wir sind jetzt vier Stunden unterwegs! Aber der fängt ja schon bei 50% an gelb zu werden, glaube ich, ne? Also nicht! Also müssen wir jetzt einen schönen Trail auslassen, weil Martin mal wieder keinen Akku hat! Ey, hallo! Ja! Den dicksten Akku! Den dicksten Motor! Den dicksten Pimmel habe ich gehört! Ja! Genau! Bluter! 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 Das sagen hier die zwei Akkufahrer! Was willst du für uns? Entschuldigung! 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 Und ich habe noch 60% Akku! 69%! Ja! 36%! Müssen wir mal über den Akku sprechen hier! Die ganze Tour hat der gehalten fast! 321! 321! 321! 321! 321! 1...2...3! Ja, der Seger! Raus da! Hey! Das ist ein Leben, boy. Siehste, siehste, siehste. Denaliere mal ein bisschen. Siehste, 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 siehste. Hätte er sich das Rad zerdeppert, ne? Hätte er sich das Rad zerdeppert, ne? Was los, Landboy? Einmal geradeaus gezogen. Das ist ein Schuss. Schön, ja, schön, ja? Sehr schön, sehr schön. Ja, ich bin hier oben. Nee? A, da? Ja, ich bin hier oben. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Lawine! Aus der Ralle, ne? Aus der Ralle. Ich hab irgendwas am Auge kleben, ey. Ich bin hier immer so, weil ich die Strecke nicht fließe, ne? Nimo, stört mich was hier. Nimo, guck ich drauf, ey. Letztes Stück ist auch da. Ist doch nix. Ne, da ist nix. Da, auf der Seite. Junge, Junge, Junge. Das war ein Schlimmboy. War ein Schlimmboy. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Komm. 3, 2, 1. Komm. 1, 2, 3, 1. Komm. 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 Siehste? Flatpedals. Tausendmal besser, ne? Mach mal den Platz. Da ist aber aufgemacht. Jaa. Schön. jawoll janni das ist das assi stück jetzt das braucht kein mensch einfach nur so ja ja ich weiß das ist richtig das assi stück bremst du bremst du ja genau das ist nix einfach nur knall runter und bist nur am bremsen wo habt ihr den laneboi gelassen guck mal Lars was los oh paulo schiebt schon wieder mein gott du hast sie alle kaputt gemacht ja 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 oh so heute gucken wir mal wo die trills sind der Lars hat nun mal schön zum zweiten advert die bäume umarpt da guckt der mitsch erstmal was hat er da da ist ein Löffel mit dem Loch drin guck mal ein Löffel wenn du mal musst dann kannst du den du brauchst ihn nicht halten du machst die Finger nicht mehr schmutzig du musst das Loch nochmal größer machen dann passt er nicht ruhig ach komm da hast du ein Bluter mach dir die Bluter das ist eigentlich ein Freistil das hängt eigentlich hier dran da musst du extra reinschreiben nicht für Kinder geeignet was ist denn los vollwertig wie sagt man nein ich werde jetzt mal 8000 der ist jetzt auch Bluter auch Bluter kann alles so bleiben da gibt es doch ein Lies das soll es sein so kann es bleiben Fleischwurst Blutbruch Fleischwurst das ist doch Bluter Schneckenhaus die Fleischwurst in den Flut schmeißen naja genau ich mache den Toner schön die Dekadenz wieder 10er GoPro am Start das ist kacke ne das stimmt bei dem Ding der ist drei Jahre alt das ist ein Nagelhäuser gesagt das ist ein Nagelhäuser gesagt das ist ein Kaufweil das war das erste Mal an heute das ist das geile bei deinem Ding klack klack ne ja das stimmt ach so geht der Trail jetzt los oder nein na Junge wir haben noch 85 Meter haben wir sind noch ich hab dir gesagt da unten von ganz unten bis ganz oben 270 bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020